Ey, vor paar Tagen sagte ich hier, nein, ich kaufe keine Packs, scheiß drauf, so, mich interessiert das nicht. Alle Karten, die ich kenne, sind nur die ganz alten OG-Karten. Bei Evolution bin ich schon komplett raus, ich kenne zum Teil nicht mehr die Pokémon, die da ziehen als Karte. Dann habe ich mir aber gedacht, okay, wenn Monte was öffnet, die Wahrscheinlichkeit, dass die Karte dabei kaputt geht, ist extrem hoch. Das ist auch dumm eigentlich, aber da habe ich mir gedacht, okay, das ist der Tag, wo ich, wo ich, wo ich sage, okay, scheiß drauf, zwei Packs. Ich bin auf dem Discord mit Peter, der zwei Packs hat, mit Spendy, der zwei Packs hat, mit Dave, der ein Pack hat und mit Tüte, der auch ein Pack hat. Und Tüte ist derjenige von uns, der Ahnung haben wird. Ah, Digga, perfekt, erst mal komplett gekleckert, scheiße. Okay, dann würde ich sagen, dann mögen die Spiele beginnen. Ja, Mann, viel Glück an jeden, viel Glück an jeden. Wir machen das Pack jetzt auf, ich habe hier meine Nagelschere dabei. Erst mal die Fingernägel ein bisschen sauer machen, Digga. Das ist ja noch gestattet. Oder sagen die Pokémon-Experten dazu? Auf jeden Fall, das ist alles in Ordnung, wie gesagt. Wenn du es auch genau an der Karte machst, super, machst du gut gerade. Macht er super. Und jetzt einfach aufreißen, die Scheiße, ne? Genau so sieht es aus. Das geht jetzt auch einfach weg. Das geht nicht weg. Oh, es geht los, Schatz, ich bin so aufgeregt. Das muss man sich mal vorstellen. Die waren da 21 Jahre drin. 21 Jahre? 21 Jahre. Früher war es halt so, das sind wirklich nur Karten im Booster. Und durch dieses Holo-Foil auf diesen seltenen Karten drauf, sieht man halt, welche Karte schwerer ist. Und dann konnte man das wirklich mit einer Feinwaage halt einfach rauswiegen. Ich wollte dir auch ehrlich gesagt, erst hab ich überlegt, ich wieg sie ab. Nimm nur für mich die Guten und zieh meine ganzen YouTube-Kollegen ab. Die haben nämlich alle sowieso genug Geld. So, sagt der. Mit dem Haus, mit dem Lambo, mit den zwei Wohnungen, mit den Uhren. Und wir werden jetzt einen Namen rausziehen. Da steht der Name und die Anzahl der Packs, die sie gekauft haben. Oh nein! Und werden dann dementsprechend das aufmachen. Schmeiß dich da rein, das war bestimmt ich. Ich bin auch ehrlich gesagt, ich schaumst direkt. Ich auch, komm Junge. So. Guck bitte, ich nicht. Ich nicht. Ich höre dich. Klascher. Ey, das ist der erste Name. Warte, warte. Wenn die Leute sind, spoilert nicht, spoilert nicht. Der erste, der das Pack bekommt, ist... Spoiler. Micky. Oh ja, Micky. Micky. Oh ja, Micky. Mit zwei Packs. Die Mädchen, wenn die bekommen schwanger Grimma, das wird passieren. Er soll sie wegmachen, er soll sie wegmachen. Grimer, aha. Dazu kann ich euch ne Geschichte erzählen. Diese Karte. Haha, ich hab meine Hausaufgaben gemacht. Diese Karte wurde damals verboten, weil auf der originalen Karte, das hätte ich auch sein können, der Kollege hier, der Grimma, der Frau unter den Rock geguckt hat. Grimma. So sieht's nämlich aus. Sehr gut. Ich hab die Hausaufgaben gemacht, Jungs. Chapeau. Hab ich bei TikTok gesehen. Ich hab die Story jetzt schon zum fünften Mal gehört. Zum fünften Mal. Aber er soll ab, er hebt nicht ab. Oh, yes. Micky, Digger. Er zieht die Augen. Er hat nur nix. Er hat nur nix. Alter, Strong. Alter, das ist Micky, sein Traum. Rauch einen, dann bin ich sofort wieder da, okay? Was? So, okay. Die nächsten... Das sind wir noch so gespannt, Herr Fee. Digger. Es geht los. Wo mein Klasse? Spendig, seh dich. Mach einen. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Tüte. Tüte. Ich hab's gecallt. Ich hab's gecallt. Ich hab's gecallt. Din, din, din. Din, din, din. Ich bin bei dir, Tüte. Ich bin bei dir. Letzte Karte. Die letzte. Oh. Oh. Der ist nochmal direkt gezogen als Non-Holo. Non-Holo. Ja, moin. Elektrotüte, das tut mir gleich für dich, Digger. Er hat nen Zettel, er hat nen Zettel. Oh, eine Wände bereit. Sascha. Ich bin dran. Sascha. Oh mein Gott. Sascha. Oh mein Gott. Hey, Chip. Oh mein Gott. Oh Gott. Das erste Mal, dass ich eingecashed hab. Das erste Mal, Digger. Sascha geht nach dem Opening direkt erst mal zweitemal duschen. Jungs, was macht Marcel da? Umdrehen. Drei Karten. Drei Karten. Eins, zwei, drei. Oh, Chats. Und wieder umdrehen. Jawohl. Richtig. Oh. Das war's. Schön. 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 Wichtig. 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 Okay. Ui. Ui. Schön. 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 Die sieht geil aus. Die sieht geil aus, Chats. Übelgeile Karte. Fast. Oh, schön. 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 Gut. Ich kann nichts sagen. Ich bin sprach. Wuschtig. Gut. Wichtig. Auch für Selbstbewusstsein. XO. Gossip Girl. Mauzi. Oh, Entwicklung auch dabei. Oh, schön. Schön. Auch. Schön. Ey, das sind gute Karten. Oh, okay. Wo brauchen wir nicht? Ich sitze schon die Letten. Nee, ne? Komm, komm, komm. Wer ist das? Geht, geht, geht. Ja, Grimer. Auch in Ordnung, in Ordnung. Letzte Karte. Sascha, pusht dich. Ich pushe, ich pushe. Ich pushe. Pushe dich. Das ist auch nicht die Letzte. Wo sind die Profis? Drehender Karte. Interessant bei der Karte. Schade. Wenn du die Karte so nicht noch vorne hießt. Egal, ein Pack haben wir noch. Pass the Snake. Oh, hier kommst du zu Rocket sogar. Sehr schön. Hier kommst du Rocket. Ist gut. Genau, guck mal, ich seh's noch nicht in der Kamera, ob's die Holo ist. Nee, 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 ist nicht Holo. Okay, zweites Pack. Ich hab zwei Packs. Das war das erste. Also zwei Stück hat er geholt, ne? So, Sascha. Oh, das ist wichtig. Das wär wichtig für Selbstbewusstsein. Für meine ganze Karriere danach. Du ziehst jetzt was. Und dann hoffentlich Last Pack Magic hier für Sascha. Daumen sind gedrückt. Trainerkarte. Aha. Ja. Mh, 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 mh. Machen wir da auch schon. Mh, mh, mh. Ohne Schau. Mirabla haben wir gerade eben auch gezogen gehabt. Zweimal ein Pack, jawoll. Anton. Anton, Anton. Auch cool. Fand ich auch immer geil. Auch cool. Äh, okay. Muss los. Das haben wir zum ersten Mal gezogen. Kopchnuss mit 10. Wichtig. Ist der in dem Kanu? Ist der in dem Kanu? Ja, der liegt in dem Kanu drin. Ich hoffe, du ziehst Ronaldo. Okay, Vorentwicklung noch. Auch gut, auch gut. Jawoll! Wichtig! Wichtig! Bruder! Wichtig! Dir gönnt der. Sascha, push dich! Ey, Bonita. Das bringe ich schon mal zur Seite. Oh, ey. Oh, Mann, das ist so spannend. Fuck! Oh, wow! Und die letzte Karte. Gönnung! Oh, schade. Dunkles Machomei. Oder wie heißt der? Dunkles Machomei. Machomei. Zu früh! Zu früh! Ja, Sascha. Satz mit X. Das war wohl nix. Hat's ne gute Karten. Der nächste, den wir da haben. Eins, eins. Wir sehen's nicht. Wir sind Reap. 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 Und Oje hat einfach drei, Oje. Den Jungen gar nichts. Auch von derer. Letzte Karte für Reap ist... Oh, das ist vegan. Holy shit. Holy shit. Mit einem Pack und ich, Idiot, kaufst zwei Reapos. Glückwunsch, weil du hast alles in deinem Leben richtig gemacht. Guck mal, was ich dir hier getauert hab. Der nächste... Unge ist mit drei, komm, Junge. Oh, gerade gesagt. Unge, drei Packs. Die Millionäre von Madeira. Was bilden die sich eigentlich ein, ne? Oh mein Gott! Geile Karte. Ich glaub's nicht. Oh, geile Karte. Holy shit. Ich küsse an der Augenbonze. Ja, ich bin bereit. Komm rein, scheiß mir alles, scheiß geil. Ohlo, 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 ohlo. Sehr gut gemischt, Marcel. So, Simon. Und ein Pack hast du noch? Zwei von zwei haben wir. Let's go, Simon. Oho, Digga! Big pot. Simon, Big pot, bist du da. Drei Holo von Dreck. Ich muss euch wirklich sagen, Simon ist mit drei Packs all in gegangen. Ja, okay, jetzt nicht all in, aber hat sehr viel. Wisst ihr, riskiert auch. Drei Packs, 425 Euro mal drei hat der Boy investiert. Drei Holos, Marshalhase muss es sein. Kuss, geht raus. Das ist ein krasses Set, Alter. Das ist ein krasses Set, Alter. Holy shit. Wie viel Glück kann man haben, bei 36 Booster-Sets drei zu kaufen und in drei alle drei Entwicklungen zu ziehen. Und das als veganer Feuer-Pokémon, Digga. Krass. Das ist extrem geil, Digga. Wunderschön. Let's go. Der nächste. Der nächste, der nächste, der nächste, der gezogen ist. Dave, ist Dave. Oh, Dave. Direkt nach drei Holos. Run, Dave. Hast du Bock? Hast du Bock, Dave? Drach drei. Gönnt. On Point, bist du da? Kann man theoretisch gesehen nochmal Dark-Lorak ziehen. Meines Wissens, ja, Jungs. So, die gibt's ja auch als ich holo. Drei, zwei, eins. Oh. Holy shit. Dave. Dave. Non-Holo, aber Gott sei Dank. Dark-Lorak wieder, Digga. Non-Holo, aber Digi. Dave. Was? Bist du da? David, ich kann dich im fucking Discount nicht hören. Digga, das nächste Mal hol ich mir nur ein halbes Pack. Oh Gott, what? Primax zeigt gerade zwei in die Kamera, Flex. Sehr schön. Das sind nur die allerbesten. Selbst in Rare ist die Kartik richtig krass. Spendie, 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 Spendie. Was ist das, ich misst jetzt? Was ist die letzte Karte? Ey, Turtok wär so krass. Echt? Oh, Digga. Oha, Turtok. Der Toto, Alter. Spendie, Boy. Nein, das ist das, Digga. Das geht so geil. Turtok, der Türsteher. Ja, so. So, wen haben wir denn hier? Das ist... Nein, ich bin Peter. 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 Ja, ja, ja. Ja, ich lief. Ui. Ui. Holo, 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 Holo. Wie geht es? Ui. Ja, die sind so geil aus. Ist die gut? Ist die gut? Ich wollte schon holen wegen Trainerkarte. Und das ist die letzte Karte. Oh mein Gott. Come on jetzt. Ja. Gönn dir Holo. Drei, zwei, eins. Ui. Ja, Holo. Holo ist da. Holo ist da, wichtig. Zwei Packs, zwei Holos. Und, Guma, da und Schick, ich sehr geil. Unsympathisch will noch ein Pack nehmen. Sascha, eins oder zwei? Oder wie viel willst du? Zwei, zwei. Wenn hier nichts kommt, dann bin ich raus. Dann war es, dann war es, Pokémon und ich gehen diese Wege. Ich da lang, die Karten da lang. Ciao, Wiederschauen und Eingehauen. Noch nicht, noch nicht, es wäre zu früh, es wäre zu früh, es wäre zu früh, es wäre zu früh. Es wäre zu früh, es wäre zu früh. Und das ist die letzte Karte hier. Mildicron. Drei, zwei, eins. Das kannst du dir nicht ausdecken. Das kannst du dir nicht ausdecken, Digga. Ich würde nie wieder Karten öffnen, nie wieder. Sascha. Jetzt wäre Barber Timing, Barber Timing, okay. Okay, okay, okay. Lücks hat sie. Also wir haben Sascha da. Lücks hat sie. Und links oder rechts als erstes, ist er da? Sascha. Auch seinen Sohn. Ja, wichtig. So habe ich ihn eingeschaltet. Das ist, ja, wie habe ich ihn nochmal eingespeichert? Äh, auch seinen Sohn. Er schreibt noch Kuss. Sascha, dein Pack. Das erste von zwei. Das dritte von vier. Da hat er alles gecleanet. Oh, wichtig. Flop, Flop, damit fängt es an. Damit fängt es an mit Flop. Oh nein, hör auf. Das fängt es doch nicht an, so zu reden, so halb auf Grenzen, Digga. Mein Statement zu Sascha seinem Pack ist, leider kein Walkout, Digga. Oh, Igon, danke Tüte, danke Tüte. Okay, er bekommt Walkouts, er bekommt Walkouts. Mach Rollung. Er bekommt auch keine Rose-Spendie. Oh mein Gott. Schönes Artwork, aber Trainer wichtig. Schauen wir selbstbewusstsein. Top, top. Stopp. Oh, geil. Geiles Pack. Jawohl. Belieben, 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 belieben. 3, 2, 1, Sascha. Oh, wichtig. Der erste Olo, da ist die Olo. Sehr schön. Die nehme ich mit. Die nehme ich mit. Oh mein Gott. Guck mal, hier hat das A-Hör an. Alter, krass, Mann. Oh mein Gott. Ey, geht's los, Sascha, geht's los. Ui, ja, 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 was war... Ui. Trainer. Imposter. 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 Ey, ne, grüne, grüne auch, wie bei Simon Unge. Trainer nochmal. Okay, die haben wir noch... Ey, so warst bei mir auch gut, oder? So warst bei mir auch gut. Ja, haben wir gesehen, haben wir gesehen, haben wir gesehen, haben wir gesehen. Sehr schön, sehr schön. Mozi zum ersten Mal heute, gar nicht gesehen. Ah, perfekt, nochmal Gas Attack. Gas Attack. Oh, shit. Boys. Ei, 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 ei. Das wird's. Oh. Das wird jetzt die letzte Karte. Bitte. Aber bis jetzt war das nicht gut. Garados aber, Garados aber. Wichtig. Sehr schönes Display, Kuss und Gruß. Geht nochmal raus an Marcel. Dass er auch nochmal eine zweite Runde gegönnt hat, ist krass. Nicht selbstverständlich. Er hat selber, wie gesagt, kein einziges Pack für sich selber geöffnet. Nur für uns und für die Zuschauer noch. Das ist Crazy, man. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich meine, viereinhalb Stunden ist mein Stream jetzt live. Ich hab nichts anderes gemacht, außer Marcel einfach zugeschaut und gehofft, dass die anderen ein geiles Zeug ziehen. Wir hatten sehr geile Sachen dabei. Simon mit drei Packs, dreimal Holo. Crazy Shit. Reapers mit einem Pack, einmal Holo. Auch sehr geile Karte gewesen. Spendi, zwei Packs. Holo, Turtok. Sick. Wirklich sehr sick. Das ist die Karte des Abends, glaube ich, gewesen. Und ich freue mich auf die nächsten Packs von Marcel. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.